Hallo ihr Lieben! Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Tag auf meinem Kanal, nämlich dem 50 Rapid Fire Question Tag. Ich wurde von der lieben Dani vom Kanal Dani Buchige Vielfalt getaggt. Das ist schon ein bisschen länger her. Heute drehe ich das Ding endlich und ja, bei 50 Fragen starten wir doch direkt mal los. Die erste Frage lautet gebunden oder Taschenbuch? Ich mag tatsächlich Taschenbücher lieber, ich finde die handlicher. Die zweite Frage ist, Umschlag dran lassen oder abmachen? Auf jeden Fall abmachen. Ich mache, ja, bei mir verkotzen die dann sonst nur und ich mache die. Das ist echt wirklich bei gebundenen Büchern mit das Erste, was ich abmache, wenn ich sie dann lese. Wenn die dann wieder im Regal stehen, dann kommt der Umschlag natürlich dran, aber zum Lesen auf jeden Fall ab. Die dritte Frage ist, gebraucht oder neu? Das ist mir eigentlich völlig egal. Ich versuche einen großen Teil gebraucht zu kaufen, einfach weil es günstiger ist, aber ich kaufe auch gerne neue Bücher. Also ja, da habe ich keine Meinung und da habe ich keine Präferenz in dem Sinne. Hörbuch oder nicht? Tatsächlich tue ich mich mit Hörbüchern ein bisschen schwer. Ich höre nämlich auch gerne Podcasts und das ist so das, was ich zum Beispiel beim Autofahren oder beim Spülen oder sowas mir anhöre. Oder wenn ich zu Hause bin, jetzt in der Küche zum Beispiel, da gucke ich dann nebenher YouTube-Videos. Das heißt, ich habe gar nicht so wirklich die Zeit, Hörbücher noch zu hören und finde es doof, immer nur so 10 Minuten, Viertelstunde, da komme ich nicht rein. Aber ich habe letztens 1000 strahlende Sonnen als Hörbuch gehört und da hat es besser funktioniert. Also ich versuche mich da dem nochmal ein bisschen anzunähern und für lange Autofahrten nehme ich auch wirklich gerne Hörbücher. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und wohne aber in Freiburg. Das heißt, wenn ich zu meiner Familie fahre, fahre ich so 5-6 Stunden Auto und das ist ja genug Zeit, um wirklich gut in ein Buch reinzukommen. Da höre ich echt gerne Hörbücher, aber so im Alltag komme ich irgendwie nicht dazu oder habe einfach nicht so den richtigen Platz in Anführungszeichen dafür. Die fünfte Frage ist, kaufst du nach Covern und ja, davon kann ich mich nicht freisprechen. Wenn Sachen schön aussehen, dann fallen sie mir ins Auge, dann gucke ich sie mir eher an, dann ja, mag ich sie glaube ich auch immer ein bisschen lieber oder bin so ein bisschen geneigter, irgendwie die zu mögen und wenn Bücher schon irgendwie nicht so schön aussehen, dann bin ich vielleicht nochmal ein bisschen kritischer dann bei dem Klappentext, wenn ich das lese oder so. Also klar, generell, wenn zum Beispiel auf Booktube tolle Bücher empfohlen werden und ich merke, okay, der Inhalt ist auf jeden Fall was für mich, dann ist mir das egal, wie die aussehen, aber schöne Cover stechen mir einfach schneller ins Auge und dann wird die Kaufwahrscheinlichkeit höher. Die sechste Frage ist, ein gutes Buch mit einem schlechten Cover und das ist für mich The Gifts of Imperfection von Brene Brown. Das gibt es auch auf Deutsch, die Gaben der Unvollkommenheit und ich muss sagen, das Design gefällt mir echt nicht so gut. Ich finde, das sieht irgendwie ein bisschen altbacken aus, ein bisschen 90er-Style oder so, ich weiß nicht genau. Also irgendwie finde ich es nicht so schön, nicht so ansprechend. Dabei ist das Buch herausragend. Es ist richtig, richtig toll. Bei den Gaben der Unvollkommenheit geht es darum, vom Perfektionismus abzulassen und uns damit anzufreunden, dass wir so unvollkommen sind, wie wir nun mal sind, weil wir Menschen sind. Und in diesem Buch gibt Brene Brown 10 Guideposts, also 10 Wegweiser, um mehr wir selber zu sein und authentischer leben zu können. Hier gibt es tolle Definitionen, hier gibt es tolle Überlegungen zu, was ist Liebe, was ist Verbundenheit, was ist Authentizität und so. Also ich kann euch das Buch nicht ausreichend empfehlen, das ist wirklich richtig toll. Genau, hier ist zum Beispiel die Gaben der Unvollkommenheit sind Mut, Mitgefühl und Verbundenheit. Das ist ja zum Beispiel auch das, was wir merken im Gespräch miteinander, wenn man dann etwas teilt, etwas Verletzliches teilt, wo man merkt, ja okay, ich habe doch nicht alles im Griff, ich bin doch nicht so gut. Und der andere sagt dann, oh ja, ich kenne das auch so gut. Das ist sowas, was einen total verbindet. Und dann bei diesen Guideposts zum Beispiel das erste Authentizität, das zweite ist Selbstmitgefühl, das dritte ist Resilienz, das vierte ist Dankbarkeit und Freude und so weiter. Also es ist wirklich ein tolles, tolles Buch, das ich euch von Herzen empfehlen würde, obwohl es so ein nicht so schönes Cover hat. Und Nummer sieben ist ein schlechtes Buch mit einem guten Cover und das war für mich das Geheimnis der Schwimmerin von Erika Swyler. Ich finde das Cover echt schön. Ich finde auch dieser Sturm im Glas, der sieht total toll aus, es sieht irgendwie sehr atmosphärisch aus und irgendwie hat die Geschichte mir dann gar nicht so gefallen und mich gar nicht so berühren können. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist ein schlechtes Buch. Ich finde das Urteil schlechtes Buch schon ziemlich hart, aber ja, für diese Frage ist mir dann das eingefallen. Die achte Frage ist, das erste Buch, das du je gelesen hast und das finde ich sehr schwierig, das weiß ich nicht mehr genau, aber das woran ich mich noch erinnern kann. Und ich habe es leider nicht gefunden, ich konnte es euch leider nicht zeigen, ich kann euch auch nicht sagen, wie das heißt, weil ich das Buch nicht mehr habe. Aber es war irgendwas mit Wichteln, die im Wuppertaler Zoo unterwegs waren. Die waren so kleine grüne Mennekes und das war ein Buch in Schreibschrift, also wird es wahrscheinlich doch nicht das allererste gewesen sein, was ich gelesen habe. Daran kann ich mich aber erinnern und ich hatte so eine Kinderbibel, wo quasi auf der einen Seite Text war und auf der anderen Seite so Bilder zum Ausmalen, die dazugehört haben. Das habe ich auch früh gelesen. Genau, ich glaube, das sind so die ersten, an die ich mich erinnere, aber ich habe davon leider keine mehr. Frage Nummer 9 ist das letzte Buch, das ich beendet habe. Das ist Tausendstrahlende Sonnen von Khaled Hosseini. Das habe ich letzten Samstag beendet, kurz bevor wir den Livestream gemacht haben, um das zu besprechen. Ich bin ein bisschen im Verzug geraten, aber es hat noch gereicht. Ich verlinke euch den Livestreamer oben im i. Steffi vom Buchschnack war mit dabei und wir haben gemeinsam mit ein paar Zuschauerinnen, die auch das Buch gelesen haben, im Zuge unseres Buchclubs gemeinsam dieses Buch besprochen. Sehr intensiv. Das ist auch wirklich ein intensives Buch. Also ich kann das sehr empfehlen. Ich bin froh, dass ich das gelesen habe, auch wenn es echt harter Tobak war, aber ich war so ignorant, was wirklich die Lebenswelt in Afghanistan so angeht, was die Menschen dort erdulden müssen, was da passiert, was da auch quasi die Geschichte ist. Und da kann man in diesem Buch echt ein bisschen was erfahren und das fand ich echt gut, echt stark, auch wenn das echt keine leichte Kost war. Und es ist das letzte Buch, was ich gelesen habe. Dann ist die Frage Nummer 10, die letzte Serie, die du beendet hast. Und ich weiß nicht genau, ob hier eine Buchserie gemeint ist oder nicht. Da habe ich aber auch keine. Habe ich eine Buchserie? Ne, jetzt nichts Aktuelles. Also zum Beispiel jetzt bei Nevermore oder so, die ist ja noch nicht fertig. Ansonsten könnte ich sagen, Harry Potter, das habe ich vor was weiß ich nicht wie vielen Jahren zu Ende gelesen. Ich habe jetzt einfach mal Fernsehserie aufgeschrieben und das ist Jane the Virgin auf Netflix. Ich liebe diese Serie. Wenn ihr die nicht kennt, ich kann euch die sehr empfehlen. Die ist sehr besonders. Also sie ist angelehnt an die lateinamerikanischen Telenovelas und die sind schon sehr dramatisch, viele Twists and Turns, sehr emotionales Schauspielern und so. Und bei Jane the Virgin wird das, also es ist eine Telenovela, aber es wird auch quasi gleichzeitig aufs Korn genommen und es ist so toll. Also ich liebe es wirklich. Ich habe es jetzt glaube ich zum dritten Mal durchgeguckt. Es ist für mich sowas von fürs Herz spannend, rasant, wild. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist, dass hier wirklich lateinamerikanische Kultur übermittelt und gezeigt wird, dass wir viele lateinamerikanische Schauspielerinnen und Schauspieler hier haben. Dass man halt ja immer auch so an kleinen Stellen das so mitbekommt, natürlich Telenovelas als Kulturgut aus Lateinamerika, aber auch wie das Haus eingerichtet ist. Was, was die so essen. Die Abuela, die Oma, die redet auch Spanisch. Das ist natürlich mit Untertiteln. Aber auch das mal dann zu hören, ins Ohr zu kriegen. Also ich fand das kulturell total bereichernd. Ich finde Lateinamerika, ja, geht leider irgendwie viel so durch die Lappen. Das hat nicht sehr viel Präsenz. Also in Europa, glaube ich, noch mal sehr viel weniger als jetzt in Amerika an sich. Und da finde ich, diese Serie ist eine ganz tolle Möglichkeit, damit in Kontakt zu kommen. Und ja, ich habe auch am Ende der Serie wieder geweint ohne Ende, weil es vorbei war, weil es so schön ist. Und in dieser Serie gibt es auch eins meiner absoluten Lieblingspaare, weil ich toll finde, wie die sich lieben, wie verbunden die miteinander sind. Auch wenn die nicht perfekt sind, das ist wirklich richtig toll. Wenn ihr Bock auf eine neue Serie habt, die auch ein bisschen was anderes ist und euch darauf einlassen könnt, dass es ein bisschen crazy ist, dann kann ich euch Jane the Virgin total ans Herz legen. Die elfte Frage ist, das ist jetzt ein Buch, das du dir gekauft hast. Und das ist so ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich habe mir mehrere Bücher sozusagen gleichzeitig gekauft. Aber ich habe mir weitere Outlander-Bände bestellt, die noch nicht da sind. Das heißt, das ist das letzte, was ich quasi gekauft habe. Die sind noch nicht angekommen. Einen habe ich beim Thalia direkt kaufen können. Das ist der sechste Teil. Ich wollte aber mit dem fünften Teil anfangen, weil ich jetzt die Serie geguckt habe. Also ich bin gerade in Staffel 5 und da habe ich keine Lust, die Bücher 1 bis 4 nochmal zu lesen, wenn ich das quasi schon kenne. Ich meine, das sind ja auch ziemliche Biester. Deswegen steige ich bei 5 ein, weil ich gelesen habe, dass in Staffel 5 nur ein Teil aus Buch 5 vorkommt und ein Teil aus Buch 6 quasi so ein bisschen vorgezogen wurde. Und dann in Staffel 6 kommen dann andere Sachen aus Buch 5 und aus Buch 6 vor. Und dann dachte ich, okay, bevor ich jetzt mit Buch 6 weitermache und mir dann einfach Sachen fehlen, fange ich mit Buch 5 an. Das ist ein Hauch von Schnee und Asche heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Und jedenfalls das fünfte Buch. Ich habe es mir auf Englisch gekauft, weil ich gucke die Serie auf Englisch. Und guck mal, das ist 7,49 Euro. Also es ist einfach wirklich günstiger. Und auch alle anderen Bände, die ich mir bei Thalia dann so bestellt habe, weil die nicht vorrätig waren, sind auch 7,50 Euro. Ich finde es total krass. Also ja, deutlich günstiger. Außer natürlich, man kriegt die bei Rebuy irgendwie noch billiger. Aber ich finde es im Vergleich zu den deutschen Preisen von Taschenbüchern, die so bei 10, 11 Euro liegen. Und dann halt so ein bisschen hier. Also ich finde es super. Habe mir jetzt alle bis 8 gegönnt. Der neunte Teil ist gerade neu erschienen. Der kostet jetzt auch so 22 Euro. Da habe ich gedacht, okay, bis ich die anderen 4 Monster hier durchgelesen habe, gibt es den vielleicht auch schon in der billigeren Ausgabe. Ja, jedenfalls ist das das letzte Buch, würde ich jetzt mal so sagen, was ich mir gekauft habe. Beziehungsweise die anderen Outliner Bücher, die noch nicht da sind. Und das hier ist so stellvertretend dafür da. Die zwölfte Frage. Was ist dein Lieblingsgenre? Da würde ich sagen, Romane. Aber ich lese auch gerne Fantasy. Ich lese auch gerne Sachbücher. Lese ich ja auch viel. Ja, und alles, was mich irgendwie so anspricht. Aber ich glaube, wenn man es jetzt genau nimmt, dann ist mein Lieblingsgenre Romane. Und dann ist Nummer 13. Was ist dein Lieblingsbuch in diesem Genre? Und ihr habt es schon oft gesehen. Es ist Nina Georgis, das Lavendelzimmer. Aber es gibt auch wirklich andere tolle Bücher, die ich hier hätte nennen können. Ach, jetzt wird mir ein historische Romane lese ich auch sehr gerne. Genau, stellvertretend das Lavendelzimmer. Ich sage jetzt auch nicht mehr viel dazu. Ich habe euch schon so viel davon vorgeschwärmt. Und ich liebe Nina Georgi einfach. Ich glaube, es ist schon auch ein bisschen spezieller. Es gibt auch immer so Aspekte, auf die fahre ich dann auch nicht so ab. Aber irgendwie kann ich die so links liegen lassen, weil es da etwas drin gibt, was mich so bewegt, so berührt. Und wirklich, ich habe das ja schon öfter gesagt, so eine Lebenslust und so eine Lebenssehnsucht in mir auslöst. Und das kann niemand so gut wie Nina Georgi bei mir. Und das ist sowas Tolles. Und dafür liebe ich diese Bücher und auch das Lavendelzimmer. Die 14. Frage ist, welches Genre liest du nie? Und das ist bei mir Thriller und Krimis und alles, was irgendwie dark und dunkel und düster und gruselig, blutig oder sowas ist. Das mag ich nicht so gerne. Da komme ich übrigens bei Outlander wirklich an meine Grenze, was auch Gewalt angeht und so. Also das ist schon, ja, also es ist nicht so, dass ich so super krass zahlbeseitigt wäre. Aber ich lese es einfach nicht gerne. Das amüsiert mich nicht. Das macht mir keinen Spaß. Ich mag das nicht, das in meinen Geist reinzuholen, blöd gesagt. Deswegen lese ich sowas gar nicht. Ich habe zum Beispiel auch The One von John Mars gelesen. Das wird als Thriller betitelt. Finde ich jetzt aber nicht passend. Und deswegen kann ich schon sagen, also Thriller und Krimis, die lese ich eigentlich gar nicht. Und dann die 15. Frage ist, liest du Gedichte? Eigentlich, ja, kaum. Ich habe jetzt ein bisschen Khalil Gibran gelesen, aber nicht so viel. Aber ich habe zum Beispiel auch sowas hier stehen und eigentlich auch echt Lust darauf, da mal reinzugucken. Des Sommers netze Rosen, die 100 beliebtesten deutschen Gedichte, herausgegeben von Dirk Ippen aus dem C.H. Beck Verlag. Das sind natürlich die schön gefüllten Rose hier. Ja, also es spricht mich schon an, aber ich habe so das Gefühl bei Gedichten, ich habe da nicht so den Zugang zu. Oder vielleicht habe ich auch nicht die Ruhe, um mich da länger mit zu beschäftigen, da länger drüber nachzudenken. Ich finde es dann schön, wenn es mir auch jemand erklärt, wofür die Sachen stehen. Aber so von alleine, weiß ich nicht, ich komme dann da auch nicht drauf. Oder ich verstehe das dann auch nicht so richtig, was gemeint ist. Und dadurch macht es mir nicht so viel Spaß. Die 16. Frage ist, liest du Populärwissenschaft? Ich lese ganz viel Populärwissenschaft. Also die Sachbücher, die ich lese, sind ja hauptsächlich populärwissenschaftlich. Das sind nicht irgendwelche Lehrbücher oder wirklich wissenschaftlichen Abhandlungen. Das finde ich sehr anstrengend, so zu lesen. Also das, was ich euch vorhin zum Beispiel gezeigt habe, Brené Brown, das ist populärwissenschaftlich. Sie hat ja Forschung dazu betrieben und schreibt halt quasi gut lesbare Bücher. Und das lese ich schon wirklich viel. Die 17. Frage ist, ob ich Jugendbücher lese. Und das lese ich auch nicht so ganz so viel. Wahrscheinlich auch in diesem Young Adult Bereich ganz wenig, wenn es so um so Liebesgeschichten oder sowas geht. Da stehe ich meistens nicht so drauf, wenn die Protagonisten, Protagonistinnen so sehr jung sind, weil die Beziehung dann ja auch jugendlicher insgesamt ist. Habe ich aber auch schon ein paar gelesen, die mir gut gefallen haben. Ich lese auch manchmal diese so Jugend-Dystopien oder Jugend-Fantasy. Also kann ich diese Frage mit Ja beantworten. Die 18. Frage ist, hast du ein Buchbox-Abo? Nein. Was ist dein liebster buchiger Gegenstand? Das ist Frage 19. Ich habe irgendwie nicht so viele buchige Gegenstände. Also das Einzige, was ich wirklich benutze, sind Lesezeichen. Und mein liebstes Lesezeichen, das habe ich mir letztens gegönnt. Ich finde es so hübsch. Also es ist so ein schönes. Übrigens, das hat hier dieses Band dran, das man ja dann so um das Buch rumlegen kann. Bei mir hat es dann aber quasi ein bisschen an dem Buch, so an der obersten Kante so ein bisschen rumgeknickelt. Das fand ich dann nicht so schön. Ich weiß nicht, wie macht ihr das? Wenn man jetzt zum Beispiel noch gar nicht so viele in dem Buch gelesen hat, mit dem Band geht euch das auch so, dass es dann schon das Buch ein bisschen beschädigt? Oder habe ich es einfach nur falsch gemacht? Also ich habe an der Verpackung mal so eine Anleitung drauf. Aber vielleicht, ja, habe ich das falsch verstanden. Aber trotzdem, schön sieht es aus und so reinlegen kann ich es ja. Trotzdem draufsteht, be your own kind of beautiful. Und dann haben wir diese Faunenfedern. Ja, das ist mein liebstes, buchiges Etwas im Moment. Und die zwanzigste Frage, was ist dein aktuelles Lesezeichen? Ich benutze eh gleichzeitig mehrere. Ich habe so eine Reihe auch von diesen hier, wo so Zeichnungen drin drauf sind. Die finde ich so ein bisschen asiatisch an Muten. Mit oben dieser Perle dran. Davon habe ich fünf oder sechs. Und das sind die, die ich im Moment hauptsächlich benutze und die in verschiedensten Büchern gerade drin stecken. Die einstwanzigste Frage ist, was ist das seltsamste Lesezeichen, das du je benutzt hast? Ich glaube, ja, ich habe alles schon benutzt, was irgendwie in der Nähe lag. Vielleicht das seltsamste, so ein Blatt Klopapier. Unbenutzt natürlich. Die zwanzigste Frage ist Schutzumschlag, ja oder nein? Nein, ich besitze auch gar keinen. Wer ist dein Buch Boyfriend bzw. Girlfriend? Da habe ich mehrere ausgesucht. Am liebsten wäre mir ja Benji. Aber ich glaube, Benji aus Kleine Stadt der großen Träume von Frederik Backmann würde mich nicht wollen. Deswegen habe ich außerdem noch Florin aus Goldene Zeiten im Gepäck von Adriana Popescu dabei. Den fände ich sehr, sehr toll. Also in den habe ich mich schon ein bisschen mitverliebt. Und als Girlfriend habe ich eine ganz tolle junge Frau, nämlich Marie aus Adriana Popescu. Ein Lächeln sieht man auch im Dunkeln. Die ist einfach ganz, ganz wunderbar, ganz toll. Aber ich muss sagen, bei diesem Book Boyfriends, Book Girlfriends, dadurch, ja, wenn ich dann finde, die passen so gut zu ihrem Gegenpart in dem Buch, dann fühle ich mich nicht mit denen verbunden sozusagen. Oder dass ich die, ja, dass die dann meine Liebsten werden würden. Sondern, ja, wenn die gut zu den anderen passen in dem Buch, dann, ja, keine Ahnung. Und jetzt, also deswegen kann ich vielleicht auch mit diesem Begriff Book Boyfriend, Book Girlfriend dann mich gar nicht so verbinden, weil ich, ja, wenn die, wenn die ein tolles Paar sind in dem Buch, dann will ich dem anderen oder der anderen den ja gar nicht ausspannen, sondern bin happy, dass die zusammengekommen sind und, ja, will da gar nicht dazwischen grätschen oder so. Macht das irgendwie Sinn? Aber, ja, irgendwas wollte ich euch natürlich antworten auf diese Frage. Es gibt noch viele, viele andere Protagonisten, Protagonistinnen, die ich echt toll finde. Und, ja, wenn es die im echten Leben gäbe, würde ich die auch gerne treffen. Aber, ja, Boyfriends, Girlfriends, vielleicht in dem Sinne nicht. Wobei, schwärmen tue ich schon am meisten von Florin. Nummer 24, wer ist dein liebstes Paar in Büchern? Da habe ich mir ausgesucht Tiffy und Leon aus Beth O'Leary's Auf Englisch The Flat Share, auf Deutsch Love to Share. Ja, das wurde ja auch viel gezeigt, viel gelesen. Ich finde, die beiden haben eine wirklich tolle Dynamik miteinander. Sie sind sehr unterschiedlich, aber sehr liebevoll. Und, ja, ich mochte, dass wir die miteinander umgegangen sind, was sie einander gegeben haben, dass Leon schon sehr hingebungsvoll auch Tiffy gegenüber war und sie halt so angenommen hat und geliebt hat für das, was sie ist. Nämlich quirlig und bunt und quietschig. Und, ja, die beiden sind mein Lieblingspärchen. Nummer 25 ist, wer ist dein liebster Antagonist? Und es gibt viele spannende Antagonisten. Ich mag das, wenn die Tiefe haben, wenn die ein bisschen mehr als nur böse sind. Und deswegen habe ich ausgewählt Esra Squall hier aus Nevermore. Ich kann euch da gar nicht mehr zu erzählen, warum der so ist, wie er ist oder was auch immer. Ich finde ihn auf jeden Fall einen sehr, sehr spannenden, sehr vielschichtigen Bösewicht. Und das macht halt die Bücher umso spannender. Und auch auf die nächste Frage, was ist dein Lieblingsbuchabenteuer, kann ich sagen, Nevermore. Die 27. Frage ist, ob ich lieber mag Serien, Trilogien oder Einzelbände. Das ist mir tatsächlich im Prinzip egal. Also alles hat seine Vor- und Nachteile. Einzelbände kann man schneller und lockerer mal weglesen. In Serien ist man dann irgendwann so richtig tief in dieser Welt drin und fühlt sich ganz verbunden, was total schön ist. In Trilogien kann man mehr aufbauen. Also ich lese alles eigentlich gerne. Da gibt es keine deutliche Präferenz. Die 28. Frage ist, Mixed-Media oder lieber Fließtext? Ich lese lieber Fließtext. Mir ist auch tatsächlich noch nichts wirklich untergekommen mit so einem Mixed-Media-Ansatz. Ich kenne die Illuminär-Akten, aber dadurch, dass das so ein Weltraum-Ding ist, spricht mich das nicht so sehr an. Ansonsten habe ich immer nur Fließtext gelesen oder halt Briefe, wenn das auch zu Mixed-Media zählt. Aber ich mag schon lieber Fließtext. Die Frage 29 ist, was ist meine liebste Buchverfilmung? Ja, neben Harry Potter und Herr der Ringe, die zwar immer wieder auch von den Büchern abweichen, was mich auch immer wieder genervt hat, kann ich sagen, meine liebste Verfilmung ist Virgin River inzwischen. Das gibt es als Serie auf Netflix. Da gibt es ja eine Bücherreihe, eine Bücherserie von 17, 18 Büchern, inzwischen über 20. Also Robin K. war da auf jeden Fall sehr, sehr fleißig. Und seit anderthalb Jahren, glaube ich, gibt es das auf Netflix. Die Serie hat mir sehr gefallen. Ich finde es qualitativ sehr gut gemacht. Das führt mich auch zur nächsten Frage, nämlich Frage Nummer 30. Filmadaption oder Fernsehadaption? Also Fernsehadaption ist ja meistens nicht so der Burner, weil einfach geringere Budgets zur Verfügung stehen. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, habe ich noch nicht geguckt, die Verfilmung der Kingsbridge-Reihe. Ich glaube, das war eine Fernsehadaption. Normalerweise sind die Filmadaptionen ja besser, auch weniger gestaltet, aber ja auch kürzer wird dann mehr rausgelassen. Was aber eine neue Kategorie ist, finde ich, ist so halt eine Serienadaption. Also zum Beispiel die Sachen, die die auf Netflix machen. Und ich finde, das wird wirklich sehr qualitativ hochwertig gemacht. Wie jetzt zum Beispiel Virgin River. Aber ich finde auch, die Outlander-Serie ist total gut gemacht. In dem Film würde man das ja gar nicht unterbringen können, alles. Oder man hat dann 20 Filme am Ende oder so. Also ich glaube, ich mag schon lieber Serien als Filme, weil man dann einfach mehr davon hat. Ich habe auch die Serie zu Lieberdugos-Büchern angefangen. Die finde ich auch total toll gemacht. Ich habe jetzt noch nicht viel gesehen, aber das gefällt mir auch richtig gut. Und halt Fernsehadaptionen, ja, die können meist nicht so viel, beziehungsweise ich gucke auch kaum noch Fernsehen in dem Sinne. Und wenn wir jetzt zu dem Filmadaption oder Fernsehadaption Serienadaption dazu nehmen können, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Serienadaption, ansonsten Film. Die 31. Frage ist, welches Buch sollte verfilmt werden? Nevermore. Was ist deine Lieblingsbuchwelt? Harry Potter. Was ist dein liebster Schreibstil? Das ist der von Friedrich Backmann zumindest schon mal in Kleine Stadt der großen Träume. Das hatte ich euch vorhin ja schon mal gezeigt. Da fand ich vor allem den Schreibstil herausragend toll. Der hat mich richtig begeistert. Ich habe noch nichts weiteres von ihm gelesen, hoffe aber sehr, dass es einfach in den anderen Büchern genauso ist. Die Frage Nummer 34 fand ich so ein bisschen knifflig. Welches Buch liebst du, von dem andere Leute nichts wissen? Da wusste ich nicht, ob, ob, also was soll das heißen, von dem andere Leute nichts wissen, weil ich das geheim gehalten habe? Oder weil die das Buch nicht kennen oder weiß ich nicht. Ich habe jetzt quasi die zweite Interpretationsmöglichkeit gewählt. Und ein Buch, von dem ich euch noch nichts erzählt habe, was ich früher sehr, sehr geliebt habe und deswegen ist es auf jeden Fall immer noch in meinem Herzen, auch wenn ich es schon lange nicht mehr gelesen habe, ist Jo Steingarders Das Kartengeheimnis. Ich weiß, er wird anders ausgesprochen. Er ist Norweger, aber ich weiß nicht genau wie. Ich sage es einfach so, wie es da steht. Das Kartengeheimnis habe ich als Jugendliche total geliebt. Ich kann euch auch gar nicht mehr so ganz genau sagen, worum es geht, aber in Jo Steingarders Büchern gibt es generell viel so philosophische Überlegungen, so ein bisschen Richtung auch, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was ist der Sinn des Lebens, aber jetzt nicht super ernsthaft und schwermütig oder so, sondern toll verpackt. Ich glaube auch wirklich, dass die Zielgruppe hier junge Menschen vor allem sind und im Kartengeheimnis gibt es so parallele Geschichten. Es gibt die Geschichte von einem Vater und seinem Sohn, die losfahren, um die Mutter zurückzuholen und in einem schweizerischen Bergdorf bekommt der Sohn dann von einem Bäcker, der irgendwie ein bisschen auffällig sich verhalten hat, zwei Rosinenbrötchen geschenkt und in einem von diesen Rosinenbrötchen ist ein mini kleines Buch eingepackt und eine Lupe, glaube ich auch, also so eingebacken. Und er liest dann dieses Brötchenbuch und in diesem Brötchenbuch ist eine Geschichte drin, die sich so an Spielkarten orientiert und das fand ich ganz fabelhaft und ganz toll. Und das hat mir richtig gut gefallen. Deswegen auch das Kartengeheimnis, also Spielkarten. Und ja, das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Also ich habe auch Lust, das nochmal zu lesen. Und es ist eine tolle Geschichte, vor allem, glaube ich, wenn man ein bisschen jünger ist. Ich kann es jetzt nicht einschätzen, wie das Buch ist, also wie ich es jetzt finden würde, weil ich es wirklich, glaube ich, mit 16 oder so das letzte Mal aktiv gelesen habe. Aber es ist auf jeden Fall in meinem Herzen. Ich liebe es und ich habe es euch noch nicht erzählt. Nummer 35 ist, welches beliebte Buch hast du? Hassen ist ein echt starkes Wort. Also, hassen würde ich jetzt nicht gerade sagen, aber was ich echt nicht mag und ich glaube halt vor allem inzwischen, wegen des Bildes, was dieses Buch irgendwie vermittelt, was irgendwie Liebe ist, was Romantik ist, was Beziehung ist, ist das die Twilight-Serie von Stephanie Meyer. Nee, also nee. Mich hat auch damals schon, ich glaube, ich habe das mit 20 oder so gelesen, Bella Swann in den Wahnsinn getrieben. Ja, die ist einfach echt nicht cool. Und das Buch wurde, oder die Reihe wurde mega gehypt, die Filme auch. Aber ich finde die jetzt vor allem im Nachhinein echt nicht mehr gut. Frage 36 ist, was waren deine liebsten Kinderbücher? Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann, ich glaube, das war so ein Abo oder so, das kam jeden Monat, kam ein Buch an, Mickey als Globetrotter oder sowas. Die waren relativ dünn, so ein fester Einband, vorne so ein runder Kreis, irgendwie Mickey Maus drauf, verschiedenste Farben. Also ich hatte da echt viele davon, die dann leider irgendwann weggegeben wurden. Und ich habe irgendwann mal danach gesucht und die auch nicht wiedergefunden, weil ich auch nicht genau weiß, wie die heißen. Aber ich erinnere mich, dass Mickey Maus da halt irgendwie an unterschiedlichen Orten war. Mal in Dänemark, bei der kleinen Meerjungfrauenstatue und auch mal in Grönland, wo es dann um Geysire ging. Und genau, da waren halt auch Bilder mit in den Büchern und so Texte. Und dass man halt wirklich auch ein bisschen was über verschiedenste Orte gelernt hat. Und die habe ich wirklich sehr, sehr geliebt. Frage 37 ist, welches Buch hat dein Leben verändert? Und das ist das Buch von Brené Brown, Verletzlichkeit macht stark. Wie wir unsere Schutzmechanismen aufgeben und innerlich reich werden. Ich liebe es. Es hat mein Leben verändert. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, habe ich in dem Video Mein Weg aus der Angststörung mehr dazu erzählt. Ich packe euch das oben ins i. Das ist ein tolles Buch. Ich möchte auch nochmal ausführlicher darüber sprechen. Ich kann es euch von Herzen sehr empfehlen. Es hat auf jeden Fall mein Leben grundsätzlich verändert. Frage 38 ist, welches Buch hast du in der Schule gehasst? In der Schule weiß ich nicht so sehr. Mir ist dann eins eingefallen, was ich in der Uni gehasst habe. Das ist Mrs. Dalloway von Virginia Woolf. Konnte ich gar nichts mit anfangen. Frage 39 ist, kaufst du dir Bücher als Sammelobjekte? Nur die Schmuckausgaben. Also jetzt zum Beispiel diese drei hier. Aber ansonsten, ich liebe meine Bücher. Das ist ja auch quasi immer im Schlafzimmer. Also es ist gar nicht, ja, ich sammle die nicht in dem Sinne, sondern ich finde es einfach für mich schön, meine Bücher um mich herum zu haben. 40. Spendest du Bücher? Bisher nicht. 41. Was ist dein liebster Lesesnack? Ich lese eigentlich beim Essen nicht. Auch so rum. Und ich esse eigentlich beim Lesen auch nicht. Was ist deine liebste Leseposition? Hier in diesem Sessel sitzen. Benutze natürliches Licht oder Lampenlicht? Meistens lese ich tatsächlich mit der Lampe, weil ich hier, also normalerweise steht der Sessel anders und da ist die Wand hinter mir und dann mag ich da schon lieber die Lampe anzumachen. Aber wenn ich hier zum Beispiel draußen bin oder so, dann lese ich natürlich auch gerne mit natürlichem Licht. Aber, also ich mag schon lieber heller, deswegen mache ich eher schnell die Lampe an. Die 44. Frage ist, drinnen oder draußen? Ich kann mich drinnen viel besser konzentrieren, aber wenn das Wetter schön ist, dann lese ich auch gerne draußen auf der Terrasse oder im Garten. Aber ich wohne hier so, dass meine Nachbarn sehr, sehr nah dran sind und dann quasi nehme ich gerne an und dann werde ich dann beim Lesen unterbrochen. Und das finde ich echt ein bisschen nervig. Deswegen lese ich tatsächlich dann lieber drinnen und in Ruhe. Aber draußen finde ich auch schön. 45. Machst du Leserillen oder nicht? Eigentlich eher nicht. Also ich biege die Bücher nicht so weit auf, aber ich lese auch nicht so, dass da auf gar keinen Fall was reinkommt und kann dann selber kaum irgendwie was sehen. Das finde ich auch doof. Bei manchen Büchern geht das ja auch irgendwie schneller als bei anderen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber meistens mache ich eher wenig Leserillen. Frage 46 ist, liest du in anderen Sprachen? Ja, auf Englisch. Die 47. Frage ist, welche Buchserie willst du dieses Jahr noch beenden? Habe ich mir keinen Plan gemacht. Frage 48 ist, auf welche Neuerscheinung freust du dich gerade besonders? Das sind zwei. Am 1. Juli kommt ein neues Buch von Matt Haig raus. Das ist The Comfort Book. Gedanken, die mir Hoffnung machen. Da bin ich sehr gespannt drauf, was in diesem Buch stehen wird. Ich mochte die Mitternachtsbibliothek, wie ihr wisst, ja total gerne. Und habe das Gefühl, dass Matt Haig und ich da so ein bisschen auf einer Wellenlänge schwimmen. Und deswegen freue ich mich sehr auf dieses Buch. Und am 19. Oktober kommt der dritte Teil der Companion-Reihe von Jen De Luca raus. Wellmatched. Da sind jetzt die ersten beiden auf Deutsch draußen. Oh, ich habe die deutsche Titel vergessen, aber ich blende euch mal eins hier ein. Die kann ich auch sehr empfehlen. Das ist richtig schön. Die 49. Frage ist, hast du ein Lieblingsbuch-Influencer? Ganz viele. Aber ich glaube, am meisten influenced. Beeinflusst bin ich von Ruth und Sarah-Sophie. Und von den Bookfriends wahrscheinlich auch. Ich glaube, da kommen die meisten Sachen her, die ich dann tatsächlich auch lese und kaufe. Aber ja, es gibt so viele tolle Booktuberinnen, Booktuber, die ich echt mega gern habe. Also ja, da könnte ich euch eine lange Liste schreiben. Die 50. Frage ist, hast du einen Booktube-Kanal, einen Buchblog oder einen Bookstagram? Ja, ich glaube, ich habe einen Booktube-Kanal und ich bin auch ein bisschen bei Instagram unterwegs, aber würde jetzt gar nicht sagen Bookstagram, weil ich, ja, also ich poste schon was zu den Büchern, aber das ist so ein bisschen eher unterstützend für meinen Kanal, den ich habe, wie ihr wisst, weil sonst werdet ihr ja nicht hier und würdet euch dieses Video angucken. So, jetzt habe ich echt schon lange gebraucht für die 50 Franken. Rapid Fire ist nicht so meine Stärke. Also ich habe, es war einfach Fire, nicht Rapid Fire, sondern einfach normales Fire. Also ich keine, nicht automatisch, sondern mehr so von Hand aufladen müssen. Ja, war nicht egal. Ich hoffe, es war euch nicht zu lang. Ich wollte euch halt auch vernünftig antworten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abschließend taggen möchte ich gerne die liebe Sarah vom Kanal Alice im Bücherland, die liebste Ruth von Zwischentausend Zeilen und die liebe Lisa Katharina vom Kanal Gedankendabor. Alle drei Kanäle kann ich natürlich von Herzen empfehlen, wenn ihr die nicht kennt. Guckt super gern vorbei. Es sind drei ganz tolle Frauen, mit denen ich auch sehr gerne lese. Vor allem mit Ruth lese ich ja auch mega viel. Also, ja, Ruth und ich kennen uns ja auch schon seit Jahren. Die kann ich euch wirklich sehr empfehlen, auch als Mensch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich, von euch zu hören. Wenn ihr Lust habt, die eine oder andere Frage mal in den Kommentaren zu beantworten. Die Fragen sind alle in der Infobox. Schreibt mir gerne so ein paar Sachen rein, was ihr, ja, vielleicht wo ihr ja auch wirklich mit eurer Meinung von meiner Meinung abweicht oder von meinen Vorlieben. Das fände ich super spannend. Und ich freue mich einfach, von euch zu hören. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.